Guten Abend miteinander, wir haben zu grossen Vergnügen, der ödreher Herr Germann aus Saudi-Arabia heute kommt in einem kurzen Interview zum Thema Kommunikation zu Gast zu haben. Ich werde das übersetzen. Herr, ödreher Germann, schünen Sie hier zu haben, was bewegt Sie zur Kommunikation? Zur Kommunikation spricht natürlich vieles, der Körper, aber auch die Offenheit des Menschen und die Weitsicht, deren die zuhören. Sehr spannend. Und wie gehen Sie da mit Menschen um, denen Sie das Thema Kommunikation machen? Normalerweise werde ich mit Menschen konfrontiert, die mich schwer verstehen und meistens auch schwer begreifen. Darum ist es wichtig, mit dem ganzen Körper zu sprechen. Ja, und Sie werden ja in der Schweiz gastieren. Können Sie da noch eins, zwei, zwei... Ich werde am Mittwoch, 20. November am Generationentandem zu Gast sein und besuchen. Ja, das freut mich sehr. Ich werde sehr gerne auch... Ja, das freut mich sehr. Ich werde sehr gerne auch... Ja, das freut mich sehr. Ich werde sehr gerne auch... ... und wir freuen uns sehr, dass jeder... Vielen Dank. Vielen Dank.